Was ist das, was ich Ihnen heute erzähle oder zeige, oder was jetzt passieren soll, hat zwei Teile. Der eine Teil ist der informative Teil, der andere soll eher diskursiven Charakter haben, wobei es mir eher darum geht, insgesamt einerseits zu zeigen, worüber wird, wenn man über Gesundheit oder Medizin im Zusammenhang mit dem Internet oder den Möglichkeiten heute spricht, worüber wird da gesprochen, welche verschiedenen Anwendungsarten, aber dann auch Einzelfälle natürlich hat man da im Kopf und man muss das auch jeweils sehr deutlich unterscheiden. Und das Zweite ist, was hat das, das ist das, was mich vor allem interessiert, weil ich selber kein Techniker bin und auch kein Mediziner, was hat das für gesellschaftliche Auswirkungen, das, was an technischen Möglichkeiten nun vorhanden ist oder ins Haus steht, das, was möglich wäre, welche Veränderungen in unserem individuellen, aber auch im gesamtgesellschaftlichen Leben kann möglicherweise das Zeitung oder was sind die Themen, über die man dann nachdenken bzw. unter Umständen auch miteinander sprechen sollte. Also durchaus den Aspekt jetzt nicht zu sagen, das ist das, was möglich ist oder das, was bereits gemacht wird, sondern sich auch Gedanken darüber zu machen, welche weiteren Konsequenzen hat das, denn jede technische Veränderung hat immer auch gesamtgesellschaftliche Auswirkungen, es verschwinden Berufe natürlich oder es entstehen neue Nutzungsgewohnheiten etc. etc. verändern sich zum Teil gewaltig. Gut, worum geht es also, wenn wir über E-Health, Wearables und Implants sprechen im Einzelnen? Insgesamt werde ich über vier verschiedene Teilbereiche sprechen, einmal die sogenannte E-Health oder E-Gesundheit, wie man möchte, der zweite Teil, die sogenannte Telemedizin, die in dem Zusammenhang eine Rolle spielt, die von E-Health in der Regel unterschieden wird, aber in manchen Kontexten vielleicht auch da hineinfallen kann. Das dritte werden sein Implantate, nicht alle Implantate, sondern ganz bestimmte selbstverständlich und das vierte sind dann die sogenannten Wearables, also alles, was man im weitesten Sinne irgendwie tragen oder sonst was kann, auch da muss man das eine oder andere natürlich unterscheiden. Zunächst, wenn man sich mit E-Health beschäftigt, dann wird man auf die österreichische Strategie zu E-Health aus dem Jahr 2006 als erstes gestoßen werden und wenn man grundsätzlich sich fragt, was stellen sich die, die sich in Österreich mit E-Health im weitesten Sinne beschäftigen und daher vor, werden wir feststellen, es handelt sich in der Regel um Prozesse, die jetzt im Moment teilweise, oder im großen Teil natürlich schon elektronisch ablaufen, aber eben unter Umständen noch nicht vernetzt sind, also das klassischste Beispiel in dem Zusammenhang war die E-Karte oder ist die E-Karte, es geht weniger um Gesundheit oder Diagnose respektive Therapie, die elektronisch unterstützt wird, sondern die Verwaltung des Ganzen. Also E-Health ist in der Regel im weitesten Sinne alles, was digitalisierbar, vernetzbar, elektronisch aufzeichnbar ist, dass wir eigentlich als den dahinterstehenden Verwaltungsaufwand haben. Also da kommt es dann dazu, dass man auch im Grunde genommen alles elektronifiziert und alles mit einem E voransetzt, Teile dessen dieser E-Health-Strategie sind, oder ein E-Mutter-Kind-Pass, eine E-Überweisung und so weiter und so fort, das wird alles in dem Kontext in der Regel gesehen. Das, was im Zusammenhang mit Internet of Things dann eine Rolle spielt, ist etwas, was wesentlich darüber hinausgeht. Es geht also nicht um eine Struktur der Gesundheitsverwaltung oder der Krankheitsverwaltung, der Patientenverwaltung, die entsprechenden Akten, die Möglichkeiten, Rezepte auszuschreiben oder alles mögliche miteinander zu kommunizieren. Das ist in der Regel nur eine Strukturfrage. Das heißt, E-Health in unserem Kontext wird meistens auf Struktur, auf Verwaltungsabläufe, auf die Kommunikation über etwas, aber nicht direkt auf Diagnose und Therapie bezogen. Alles andere ist therapeutisch respektive diagnostisch. Also festzustellen, was passiert im Körper oder was ist passiert im Körper und dann darauf entsprechend zu reagieren. Das, was wir jetzt wesentlich spannender finden im Zusammenhang mit Internet of Things beziehungsweise überhaupt mit Internet-Digitalisierung und der Medizinentwicklung, das ist die Telemedizin. Es hat vor einiger Zeit das deutsch-französische Sender Arte sich damit beschäftigt. Ich habe dankenswerterweise da noch Screenshots zum Teil machen können und möchte hier einige Anwendungsbereiche, nur dass man es grundsätzlich einmal feststellen kann, zeigen. Das, was hier zu sehen ist, ist unter telemedizinischen Aspekten eine klassische Anwendung, nämlich die Dame im Vordergrund quasi zu erkennen an ihrem weißen Kittel ist eine Ärztin und sie ist weit weg vom Patienten beziehungsweise von der behandelnden Station, also der Senderstation. Die Anwendung in Indien, ein Land mit sehr viel Fläche, mit sehr vielen Einwohnern, mit einer zum Teil sehr schlechten Infrastruktur. In Indien gibt es entsprechende Möglichkeiten oder werden sukzessive Möglichkeiten geschaffen, dass einerseits durch mobile Arztpraxen, wobei in den Praxen dann selber Ausgebildete, aber keine Ärzte tätig sind, dass man mittels mobiler Praxen eine Verbindung hin zu zentralen Orten herstellt oder dass in einzelnen Regionen und Orten auch schon stationäre Praxen angeboten werden, wo sozusagen dann ein technisch versierter, auch medizinisch einigermaßen ausgebildeter in der Lage ist, bestimmte Handgriffe diagnostischer Natur zu machen, ohne aber selber medizinisch ein Urteil zu fällen oder irgendetwas damit weiterzutun. Im Grunde genommen, wenn wir zum Hausarzt gehen oder in sonst einer Weise eine Diagnose einholen, dann ist die Verbindung zum Arzt, also die persönliche Verbindung zum Arzt, die räumliche, örtliche Verbindung sehr nahe und wir können im Zweifel mit ihm persönlich jeweils sprechen, das als klassische Anwendung im Bereich der Telemedizin für zum Teil oder in der Regel strukturschwache Gebiete ist zu sagen, wir setzen die ärztliche Leitung bzw. die ärztliche Expertise an einen Ort und wir müssen nicht in jeden Ort einen Arzt bringen, der dort einfache Handgriffe, Blutdruckmessung, Blutabnahme oder sonst irgendwie etwas macht, sondern diese Handgriffe werden vor Ort übernommen und die eigentliche Beurteilung oder dann auch die Rezeptausstellung wird zentral aus bestimmten überregionalen Orten geschehen. Dort vor Ort kann dann jeweils der Mitarbeiter oder der selbstständige, es ist durchaus eine Art von Start-up-Überlegung mit dabei, hat dann die Möglichkeit, dem entsprechenden Patienten eine Diagnose weiterzugeben, das Rezept hat der Arzt weit weg ausgestellt, das wird nur ausgedruckt und dann kann man in der Hoffnung, dass die Apotheke auch in erreichbarer Nähe ist, entsprechend hier weiterverfahren, also diese Möglichkeit. Das Prinzip gibt es auch schon in Europa, nämlich in der Regel, es gibt Anwendungen, Fraunhofer-Institut in Deutschland und andere forschen im Bereich der Telemedizin vor allem zusammen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das heißt also, dass auch genauso wie jetzt im Fall Indiens, ein Arzt, ein Facharzt, nämlich in dem Zusammenhang, hinter einem Bildschirm an einem Zentrum sitzt und dann zum Teil mit der Patientin, die da jetzt liegt, spricht, ihr Anweisungen gibt, im Film bei Arte wird dann gezeigt, sie soll die Beine heben oder sonst irgendwelche Bewegungen ausführen und vor Ort im Zentrum ist eben auch noch ein Arzt. Hintergrund ist natürlich, dass die persönliche Betreuung, also die personalintensivere Betreuung durch Fachkräfte grundsätzlich natürlich teurer ist als allein eben das Gerät selber, das heißt die Möglichkeiten hier vor Ort überall Fachexperten zu haben, die wirklich Spezialisten in ihrem Gebiet sind. Wir wissen, wir müssen dann auch in der Regel in überregionale Zentren fahren und diese Möglichkeit wird eben damit auch gegeben. Über das hinaus, über das Spezialisierte hinaus, haben wir in Europa inzwischen auch die Möglichkeit, oder das wird ebenfalls auch angeboten, beziehungsweise nachgefragt, muss man natürlich auch sagen, der Hausarzt als Teledoktor in irgendeiner Weise, also nicht Dr. Google oder etwas, sondern die Möglichkeit, dass man per Videoschaltung von zu Hause aus oder per Telefon mit einem Zentrum spricht, wo man einen Arzt erreicht, der einem dann aufgrund bestimmter Parameter eine Diagnose stellt oder weiter überweist oder ähnliches. Das wird zum Teil angeboten in strukturschwachen Gebieten, andererseits natürlich kann, weil es ja ortsunabhängig ist, natürlich auch jemand aus einer Metropole, der nicht bereit ist, irgendwelche Wartezeiten in Kauf zu nehmen und dort anrufen. In Österreich ist das auch schon inzwischen zugelassen worden, meines Wissens gibt es einen entsprechenden Callcenter in London, der Österreich betreut. Das heißt also sowieso eine gar nicht innerhalb eines nationalen Raums notwendige Verknüpfung von Ärzten und Patienten. Ein zweiter Bereich oder eine zweite Anwendungsmöglichkeit, auch im Zusammenhang mit Telemedizin, aber schon eine weitere Stufe ist PIK, Portable Eye Examination Kit, das ist auch wieder eine Anwendung nicht aus Europa, sondern in dem Fall aus Afrika. Grundsätzlich, um Augenkrankheiten zu diagnostizieren oder den Status der menschlichen Augen zu diagnostizieren, gibt es ein entsprechendes ophthalmologisches Gerät, das mehr oder minder all die notwendigen Funktionen erfüllt. Der Nachteil eines solchen Gerätes ist natürlich, es muss aufgebaut werden, es muss abgebaut werden, es muss transportiert werden, es muss gebedient werden. Dazu sind Fachkräfte nötig und das ist ein Aufwand und das Gerät selber ist, wie in der Regel bei optischen Geräten, auch sehr empfindlich. Das hin und her zu transportieren, jeden Tag in eine andere Stadt, in ein anderes Dorf ist nicht vorgesehen unbedingt bei der Entwicklung, aber man versucht es eben trotzdem nichtsdestotrotz, es hat natürlich seine Einschränkungen. Jetzt hat ein Mediziner aus Afrika etwas entwickelt, aufgrund eben des Bedürfnisses, mehr Diagnosen bei Augenkrankheiten zu stellen, nämlich eine Software, die in der Lage ist, nur auf das Mobiltelefon aufgespielt zu werden und weil heutzutage Mobiltelefone in der Regel eine sehr gute Kamera haben, mit einer sehr guten Auflösung, das, was das ophthalmologische Gerät macht, im Grunde über die Videokamera, das Mobiltelefon oder das Smartphone zu erledigen oder das zu tun. Insgesamt kann Peak auch noch wesentlich weitere Funktionen, also man kann alle Arten von Augenkrankheiten oder entsprechende Statusversuche abklären, das ist natürlich im weiteren Sinn, aber der Punkt ist, auch wieder speziell geschulte Helfer, aber keine Mediziner fahren von Ort zu Ort, haben ihr entsprechend ausgerüstetes Mobiltelefon dabei und können Diagnosen sozusagen mittels dieses Geräts aufnehmen. Diese Helfer wieder stellen die Diagnosen nicht, sondern es gibt ein zentrales ophthalmologisches, also ein Augenheilkundezentrum in London, das mit diesen Geräten verbunden ist und dann wird von Fachkräften, von Ärzten, aufgrund der Bilder, die gemacht werden, das sind Videos, Hochauflösende zum Teil, oder eben auch Standbilder, kann dann entschieden werden, welche Diagnose zu stellen ist und unter Umständen, welche Therapie zu stellen ist oder wie man dann entsprechend weiter verfährt. Im Zusammenhang mit Implantaten, medizinische Implantate sind nicht die eigentlichen Implantate, von denen wir, also ein ordinäres Hüftgelenk oder irgendwie sonst andere Möglichkeiten, sondern das, worum es in dem Zusammenhang mit Internet of Things geht, sind die sogenannten Theranostischen Implantate. Theranostisch ist eine neue Schöpfung oder ein zusammengesetztes Wort aus dem Begriff Diagnose und Therapie, nur genau umgekehrt, also Theranostisch und Nostisch vom Diagnostisch. Was tut ein solches Implantat, beziehungsweise wo wird es eingesetzt? Einerseits, es ist nicht nur dazu da, als Hüftgelenk zu funktionieren, so wie ein menschliches Hüftgelenk, sondern es diagnostiziert entsprechende Zustände, auch als Hüftgelenk unter Umständen, also im Zusammenhang mit sogenannten skeletalen Demonstratoren und kann dann aufgrund einer bestimmten Situation, die es feststellt, selbstständig reagieren, das heißt also zum Beispiel seine Lage anpassen, im Zusammenhang skeletal, also mit Gelenken oder Knochen, kardiovaskulär, also Herz und Kreislauf, beziehungsweise neuromuskulär, Muskeln und Nerven. In diesem Zusammenhang gibt es verschiedene Entwicklungsstadien natürlich und entsprechende Anwendungen an denen geforscht sind, die werden eingebaut in den menschlichen Körper und werden einerseits von außen gesteuert, beziehungsweise andererseits steuern sie sich selber, sie können, also es gibt verschiedenste Möglichkeiten natürlich, das einzurichten, je nach Bedarf und Aufgabe und das Weitere ist natürlich, sie senden auch selbstständig aus dem Körper heraus wieder entsprechende Daten, die sie gesammelt haben, was dann natürlich zu entsprechenden Möglichkeiten, die weitergehen führen. Was Variables anlangt, das ist ein sehr, sehr weiter Begriff und es kommt sehr darauf an, worauf man ihn jetzt bezieht. fangen wir mit etwas an, das sozusagen sehr nah am Körper, sehr nah am Implantat ist. Das, was hier zu sehen ist, ist eine Anwendung für Diabetiker, nämlich es geht hier um die Messung des Blutzuckerspiegels. Das ist sozusagen die Sendestation, die am menschlichen Körper angebracht ist, muss man sagen und dann gibt es eine Empfangsstation, die entsprechend auswertet. So schaut das gesamte von der entsprechenden Firmaangebot an das Set aus. Das Empfangsgerät dann selber kann natürlich über den Computer auch weiter mit dem Internet etc. etc. verbunden werden. Der Punkt an dem oder hier in dem Fall ist, das ist kein fest installiertes, keine fest installierte Sendestation, also die sozusagen vom Arzt angebracht werden muss, oder chirurgisch oder sonst wie, sondern das bringt der Patient selber bei sich an. Er klebt es quasi nur auf seine Haut auf. Ein entsprechender kleiner Stachel kann dann die Messung vornehmen. Das muss regelmäßig, ich glaube, alle 14 Tage ausgetauscht werden. Das ist eine Möglichkeit, die stete Blutzuckermessung, die für Diabetiker nötig ist, in gewissem Weise zu vereinfachen und damit natürlich auch einen Großteil an Qualität zu gewinnen. Eine andere Möglichkeit jetzt ebenfalls für Diabetiker und wiederum in Bezug auf Blutzuckermessung ist sozusagen das Produkt Glucodoc, das man einfach an ein Mobiltelefon anschließt und das mit einer entsprechenden Software ausgestattet genau auch ebenfalls diese Funktion übernimmt und die Möglichkeit bietet ebenfalls die Daten, die erhoben werden, auszuwerten am eigenen Computer, aber eben auch in sonstigen weiterer Weise im Internet auswerten zu lassen, zu sammeln und sonstige Möglichkeiten damit wahrzunehmen. Jetzt sind wir schon bei den Mobiltelefonen und gehen weg eigentlich vom rein medizinischen oder von dem, was vor allem medizinisch ist, also im Übergang, sondern wir kommen zu dem, was weitläufig man als, ja, oder sehr allgemein als Diagnoseinstrumente identifizieren kann oder die dann in der Kunst, die eigentlich als Konsumelektronik oder Konsumanwendungen zu sehen sind, also von Menschen, die prinzipiell gesund sind, keinerlei weitere Hilfe theoretisch braucht und ihnen einfach die Möglichkeit gibt, sich selber oder ihre eigenen Körperaktivitäten zu vermessen. Das funktioniert einerseits mit dem eigenen Smartphone, das heißt, man lädt sich einfach eine Software herunter und kann sie dann anwenden und alle möglichen unterschiedlichen Daten generieren und man kann dann genau das nächste nehmen, den nächsten Schritt tun, diese Daten nicht nur für sich selbst verwenden, zur eigenen Information, sondern natürlich, man kann sich mit diesen Daten vernetzen. Ich bekomme regelmäßig Statusmeldungen von Leuten auf Facebook, die mir mitteilen, von wo nach wo sie in welchem Tempo, mit welchem Erfolg, wie und was gelaufen sind. Das ist eine der möglichen Anwendungen. Grundsätzlich bei dieser Form von Wearables, die es in allen möglichen unterschiedlichen Arten, Formen und Farben gibt, ist die folgende Problematik, wie messen sie, beziehungsweise wie genau messen sie. Zum Beispiel Armbänder, die Schrittlängen messen oder die Schritte messen, wenn man so will, messen, wenn man sie am Handgelenk trägt, natürlich nicht die Schritte, sondern die Bewegung, die der Arm vollzieht, während er Schritte vollführt. Was etwas anderes ist, aber es gibt einen gewissen Zusammenhang. Darüber hinaus, nicht jedes Gerät ist gleich geeicht, das heißt also, wenn man es probiert, mehrere Geräte gleichzeitig zu tragen oder es tut, um es auszuprobieren, wird man feststellen, dass jedes Gerät unter Umständen einen anderen Wert anzeigt. Das heißt also, eine wirklich eindeutige Aussage über das, was man da gemessen hat, auch wenn natürlich die Messung selber sicherlich richtig ist, ist zumindest jetzt nicht generell dann jeweils zu machen. Es gibt sehr unterschiedliche Orte, an denen man sogenannte Variables tragen kann und was ich in dem Zusammenhang, was jetzt wahrscheinlich bedauerlicherweise nicht ganz so wunderbar lesbar ist, nämlich eine der entscheidenden Prinzipien bei der Entwicklung von Variables soll sein, dass man nicht ein neues Verhalten damit erzeugen möchte, wenn man so etwas trägt, sondern schlicht und ergreifend bestimmtes zukünftiges Verhalten vorausdenken möchte, antizipieren möchte. Die Frage ist natürlich, inwieweit das tatsächlich der Fall ist oder ob nicht das eine das andere dann jeweils beeinflusst, beziehungsweise die Tatsache, dass man ein solches Gerät hat, dann auch einen bestimmten eigenen Blick auf den Körper oder die eigene Gesundheit dann verändert. Es gibt, ups, nein, noch nicht, danke, das ging zu schnell, das ist das falsche Gerät. Es gibt verschiedenste, darüber sollte man sich auch grundsätzlich Gedanken machen, Anwendungen für Variables, das ist, oder zumindest sollte man das im Kopf haben, geht ja auch mal sich Gedanken darüber, macht das was anderes. Es gibt einerseits den medizinischen Aspekt, über den wir gesprochen haben, also eben auch, dann unter Umständen kann man sie als, hier werden Implantate unter Variables mit hineingenommen, weil man sie ja im Prinzip auch mit sich herumträgt, logischerweise. Wellness, Sport und Fitness, Lifestyle, Kommunikation und auch ein durchaus ehrliches, ein ehrlicher Bereich, auch Glamour, also die Möglichkeit, sozusagen durch Elektronik, die man am eigenen Körper trägt, ja, dann entsprechend einen, was weiß ich, individuellen Status zu erlangen, oder so, wenn man sich in einer Bar oder in einer Diskothek befindet, oder sonst etwas in dieser Richtung hat, also auch einen Unterhaltungswert natürlich inkludiert. Neben medizinischen Aspekten, beziehungsweise kommunikativen Aspekten, die jetzt sozusagen mehr oder weniger nicht der Unterhaltung oder der Verbesserung des Wohlbefindens im weitesten Sinne dienen, ist noch ein anderer ernster Aspekt, jedenfalls zu sehen, einer der wichtigsten Motoren der technischen Entwicklungen grundsätzlich, nämlich der Aspekt der Sicherheit, beziehungsweise militärische Anwendungen von Variables, die selbstverständlich auf entsprechende Bedürfnisse und Aufgaben zugeschnitten sind, die dann zu einem entsprechenden vernetzten Soldaten führen können und sollen. Zur diskursiven Frage, was sozusagen ist die Konsequenz aus dem? Wir haben vier, fünf, verzeihung, fünf verschiedene Aspekte, die meines Erachtens zu berücksichtigen sind, wenn man sich Gedanken über individuelle, also persönliche oder gesellschaftliche Konsequenzen von Technik, Gesundheit, eigenem Leben macht. Das eine ist im weitesten als Stichwort zu nennen, die Bewegung des sogenannten Transhumanismus, eine Bewegung, die den Menschen über das Menschsein hinausführen möchte, also Trans drüber hinausführen möchte. Einer der Vordenker von Silicon Valley, Ray Kurzweil, einer deren Galionsfiguren, abgesehen von der Frage, wie stark und wie relevant ist eine Bewegung, die sozusagen menschliches Leben durch Maschinen oder durch Technik ablösen möchte, das so dann mehr oder minder die Essenz dessen, ist etwas anderes meines Erachtens wesentlich entscheidender, nämlich die meisten Entwicklungen stammen aus einem Klima, das sich vorstellt oder das davon überzeugt, das besser gesagt, dass mit Technik, mit Daten und Fakten die Gesellschaft zu verbessern ist und auch das individuelle persönliche Leben zu verbessern ist, dass Lösungen vor allem oder alleine aufgrund von Technik und Zahlen und Daten und Fakten basieren, inwieweit das tatsächlich der Fall ist und ob solche rein Fakten oder Technik basierten Lösungen Lösungsprinzipien relevant und auch tatsächlich dann Erfolg versprechen sind, das ist eben einer der Teile über die zu diskutieren ist. Das, was aus medizinischer Sicht jetzt noch relevant ist, ist einerseits die Frage der Vermessung des Ich, nämlich wenn wir etwas vermessen müssen, was in Bezugsgröße stellt. Beispielsweise Blutdruckwerte oder Cholesterinwerte, es gibt einen Normbereich für den, also den wir dann, nachdem wir unsere eigenen Werte gemessen haben, natürlich garantieren, um festzustellen, wie gesund oder wie krank oder wie noch unterstützungsbedürftig wir sind, was aber in der Regel nicht beachtet wird oder nicht berücksichtigt wird, diese Normwerte verändern sich im Laufe der Zeit. Das bedeutet, in der Regel werden die Normwerte gesenkt. Das heißt, was vor 20, 30 Jahren als ein normaler Blutdruck galt oder ein relativ unauffälliger Cholesterinwert, kann heute unter Umständen schon als krank eingestuft werden, dass dann natürlich auch durch Medikamente oder andere Gegenmaßnahmen ausgeglichen werden. Also wir müssen uns immer darüber Gedanken machen, was heißt denn überhaupt, was sind das für Zahlen und Daten, die wir da generieren und sind sie für uns selbst tatsächlich auch zutreffend im Sinne von, was sagt das für unsere eigene Gesundheit. Der weitere Aspekt eben auch im Zusammenhang mit Technik, das was eHealth und all die Wearables Implantate betrifft, das ist ein Teil der Medizin, nämlich der technische Teil der Medizin, also Geräte oder ein bisschen abfällig gesagt, die Apparate Medizin. Zweifelsohne ist das ein wichtiger und ohne Diskussion relevanter Teil, allerdings, was wir auch berücksichtigen müssen ist, dass auch unter medizinischen Aspekten natürlich der persönliche Kontakt zum Arzt beziehungsweise die Abwägung, wann ist Technik oder Medikamenteneinsatz nicht nur sinnvoll, sondern geboten und wann kann auch darauf verzichtet werden, dass je mehr Technik und mehr Geräte man einsetzt und je günstiger das ist, wahrscheinlich dann die persönliche Betreuung eher denen zugutekommt, die sich es auch leisten können. Es gibt zum Beispiel die Entwicklung bei der Geburten, Kaiserschnitt ist als Geburtsmethode am zunehmen, also prozentual. abgesehen jetzt von Afrika, wo das nicht der Fall ist, aber in Industrieländern steigt der Kaiserschnitt als Geburtsmöglichkeit gegenüber der natürlichen Geburt, das hat auch den Hintergrund, der Kaiserschnitt ist nicht so personalintensiv, also auf die gesamte Zeit hingesehen, es fallen nicht entsprechende Kosten an, die natürliche Geburt ist wesentlich teurer, weil natürlich erhebt man entsprechend qualifiziert das Personal 6, 12 oder 24 oder noch länger Zeit bereit sein muss, um bei der Geburt zu helfen, den Kaiserschnitt terminiert man und macht das innerhalb von 20 Minuten oder einer halben Stunde. Der weitere Aspekt ist Individuum versus Gesellschaft, nämlich die Frage, welche Auswirkung auf unser Gesundheitssystem und auf unsere Gesundheitsvorsorge hat, die technologische Entwicklung, gerade in Bezug auf die Selbstdiagnose. Wir tendieren inzwischen aufgrund der eigenen Vermessung dazu immer mehr uns selbst verantwortlich für unsere Gesundheit zu machen, natürlich damit auch dafür, wenn wir krank werden. Das bedeutet Wearables, entsprechende Unterstützer, technische Unterstützung werden auch jetzt schon von Krankenversicherungen angeboten, die damit unter Umständen eben auch oder regelmäßig Anreize bieten, also beispielsweise eine entsprechende Verringerung der jeweiligen Beiträge, was bedeutet, dass diejenigen, die sich intensiv um ihre Gesundheit kümmern können, weil sie die Zeit oder das Geld, die Gelegenheit dazu haben, einerseits weniger zahlen, andererseits eben dafür belohnt werden, dass sie gesund bleiben oder gesund sind, sie zahlen weniger in den gesamten Topf ein und diejenigen, die krank sind, aufgrund von Unfällen oder anderen Umständen, diese Menschen, die vielleicht dann auch nicht vorher die Gelegenheit hatten, sich um ihre eigene Gesundheit in dem Maße zu kümmern und wir wissen, dass es da einen entsprechenden natürlich Bildungsabstand und auch gesellschaftlichen Abstand gibt, diese Menschen werden dann im Grunde genommen aus der Solidargemeinschaft wieder entlassen, also Leute, die Übergewicht haben, die mehr rauchen, die risikobehaftet das Leben führen im weitesten Sinne, was auch immer dann darunter zu verstehen ist, weil am Ende sterben wir ja alle, denen wird sozusagen zusätzlich noch durch die Gesellschaft oder durch das Gesundheitssystem auch noch weitere Kosten aufgebürdet, die sie möglicherweise gar nicht leisten können. Das ist nicht als Kritik zu verstehen, sondern etwas, worüber man nachdenken muss, ob es etwas ist, dass wir als Gesellschaft, wenn diese Entwicklung, die ja auch absehbar ist, auch weiter um sich greift, ob das das Sozialsystem auch natürlich verändert, genauso wie auch wir über das Pensionssystem uns Gedanken machen müssen. Der dritte oder der letzte Aspekt, Privatsphäre und Datenschutz, das ist sicherlich heute, überhaupt überhaupt im Zusammenhang mit Internet eine relevante Größe oder ein relevantes Thema. Wir müssen uns allerdings auch darüber Gedanken machen oder es berücksichtigen, dass Privatsphäre als gut der bürgerlichen Gesellschaft, als ein Wert der bürgerlichen Gesellschaft auch eine eher neue Erfindung ist und dass wir jetzt Generationen, die mit dem Internet aufgewachsen sind, doch dabei beobachten können, wie sie der Privatsphäre nicht mehr die relevante Funktion im Leben auch der Gesellschaft zusprechen. Stattdessen sagen sie, wir wollen das tun, was wir können und wenn wir dafür Daten hergeben, wie also zum Beispiel bei Pokémon Go, weil wir werden belohnt für unsere Daten, dann ist das also ein Geschäft oder ein Vertrag, den wir gerne abschließen. Das machen wir genauso wie wir ja durchaus, wenn wir Rabatte bekommen bei unserer Krankenversicherung vielleicht dann schrittchenweise bereit sind, unsere eigenen Diagnosedaten, die wir erheben, auch unsere Versicherung zur Verfügung zu stellen. Also hier kann es sein, dass unabhängig von dem Wert natürlich auch eine Neubewertung der Privatsphäre in der Gesellschaft passieren kann. Gut, das sind im Groben und Ganzen die Aspekte, die ich sowohl von der technischen als auch meines Erachtens von der grundsätzlich kulturell-gesellschaftlichen Seite dazu beitragen konnte. Gibt es von Ihrer Seite Fragen? Wir haben ziemlich am Anfang ein Beispiel gesehen, wo eine Ärztin in einer Praxis sitzt vor einem Monitor mit einer Webcam und sie spricht genau dieses Bild. das sieht mir so aus als wäre es technologisch was da abläuft durchaus vergleichbar mit Skype. Ob das jetzt Skype ist oder nicht, ist wurscht. Was daran bitte ist Internet of Things? Möchtest du, Joachim, Der Aspekt ist der folgende, es geht nicht darum, dass sie nur spricht. Es ist nicht die Technologie, des Miteinander Sprechens ist nicht der entscheidende Aspekt, das ist vielleicht nicht in dem Maße herausgekommen, sondern der Helfer vor Ort er führt mittels entsprechender Blutdruckmessungen oder anderer Messungen und Geräten Untersuchungen durch und die Daten, die erhoben werden während dieser Untersuchung, das sind die Daten, die dann entsprechend der Ärztin direkt zur Verfügung gestellt werden. Das ist richtigerweise, das ist jetzt nicht im eigentlichen Sinne Internet of Things oder etwas, aber es ist in jedem Fall einer der Bereiche, über die wir dann sprechen, wenn wir über medizinische Entwicklung, Internet und anderes auch sprechen müssen, weil es eben auch ein Teil ist. Es geht ja um eine grundsätzliche Sichtweise darauf. Um da vielleicht ein Beispiel zu nennen, es gibt in Kärnten eine Firma, die ich kenne, ein Startup, ein Junges und die haben, das ist auch in Österreich schon ausgezeichnet worden, einen Medizinkoffer erfunden und zwar für Länder wie Australien oder Malaysien, wo es eigentlich eine Flugrätung bedarf oder der Flying Doctors, dass man sagt, ich komme zum Patienten hin. Und die haben einen Koffer gemacht, wo auch andere Leute in der Lage sind, Sensoren anzubringen und dann eine fairen Diagnose zu stellen, ob es überhaupt notwendig ist, ist, dass dort ein Flying Doctor hinfliegt. Das ist ja mit extremen Kosten verbunden und das sind komplette Tests, die von den Systemen durchgeführt werden und wenn das System unsicher ist beziehungsweise sagt, Einsatz ist notwendig, dann wird der Einsatz gemacht, spart aber dort, wo sie es ausprobiert haben, enorme Kosten. Dort haben die Leute immer gesagt, okay, sie wissen nicht, was es ist, haben auch keine Diagnosemöglichkeiten gehabt, das heißt, ein schwer teurer Einsatz und in Wirklichkeit war es etwas, wo sie gesagt haben, wäre eigentlich nicht notwendig gewesen und da ist ein enormer Kosteneinsparungsfaktor drinnen und auch für diese Länder, wo sie sagen, sie haben jetzt diese Sensoren und sie können bestimmte Diagnosen durchführen übers Internet oder am Gerät lokal eine wahnsinnige Kosteneinsparung dadurch. Was ist das für Fernmessung? Das ist eigentlich eine Fernmessung beziehungsweise das Gerät macht die Diagnose größtenteils vor Ort und dann verbindet es sich aber im Prinzip mit den Ärzten und die können dann aufgrund dieser Messergebnisse die Entscheidung treffen, wir müssen dort hinfliegen oder es genügt eine bestimmte medikamentöse Behandlung oder was auch immer. Also bei der Sache da jetzt bezüglich Medizin sehe ich schon auch die Gefahren, dass praktisch ein Soldatgemeinschaft total untergraben wird durch das, dass die Leute die Möglichkeit haben, auf Gesundheit zu schauen und so eben weniger zahlen und dadurch praktisch ein Ausgleich nicht mehr gewährleistet ist zu die, die es dann im Endeffekt brauchen. Also da sehe ich schon auch wieder in meinem Kind ein bisschen der soziale Mensch, das Sozialsystem, dass das untergraben wird bis zu einem gewissen Grad. Vielleicht kann ich dazu versuchen, eine Antwort zu geben. Aus meiner Sicht ist alles, was im Versicherungsbereich in die Richtung geht, Verbrauch zu messen und das irgendwie zu schauen, wie hoch das Risiko ist und das sozusagen zu verteilen, immer ein Riesenproblem, was also die die Solidargemeinschaft betrifft, weil wenn diejenigen, die sozusagen ein höheres Risiko haben und sie es nicht leisten können, darauf zu schauen, darauf zu holen, dann steht das eigentlich ein bisschen gegen die Idee einer Versicherung und einer Gemeinschaftlichkeit zu sorgen, wenn irgendjemand von uns was passiert, dann zahlen alle das, weil das das komplett verzerrt. Also das ist in vielen Bereichen, wo in irgendeiner Form Versicherung das Thema ist nicht nur im Gesundheitsbereich ein Problem. Beispiel, das gleiche trifft auch fürs Auto zu, weil ja auch dort gibt es ja schon Versicherungsmodelle, wo man mit Internet of Things sozusagen schaut, wie denn jemand fährt und wenn das ein Hochrisikokandidat ist, dann versichere ich einem gar nicht mehr. Also egal, wo man darauf schaut, das ist zufällig heute der Gesundheitsbereich, aber in Wirklichkeit ist das ein Insgesamtproblem des Versicherungsbereichs, wenn man dort so reingeht. Es wird die Versicherung auch dafür Ja, es läuft wahrscheinlich im Prinzip sozusagen eben dass die Versicherung als Solidargemeinschaft, in die alle einzahlen und die bedürftig sind in jeweiliger Situation bekommen wir etwas heraus. Das wandelt sich dann im Grunde genommen zu einem Sparverein, wo jeder sein Sparbuch hat und dann in dem Moment dann etwas herausbekommt, wobei man natürlich auch sagen muss, dass die Beiträge, die man einzahlt in der Regel ja auch von manchen Leuten so verstanden werden, ich zahle etwas ein, damit da nichts passiert. Also das ist die Investition einfach da hinein. Aber grundsätzlich müssen wir uns Gedanken drüber machen in vielen Bereichen der Gesellschaft, wie weit unsere Solidargemeinschaft noch unhinterfragt tragfähig ist oder ob wir uns neue Modelle überlegen müssen, beziehungsweise wie wir das Modell, wenn wir entschieden haben, wir bleiben in dieser Art Gemeinschaft, wie wir das dann verbessern, ohne jetzt auf solche Möglichkeiten zu verzichten natürlich. vielleicht kurz noch eine Anmerkung, weniger eine Frage, was ich glaube, dass auch ein Riesenthema wird, ist das ganze Thema Security und Implantate, nämlich wenn ich mir überlege, dass jemand zum Beispiel einen Herzschrittmacher eingepflanzt bekommt und man den sozusagen über das Netzwerk auslösen kann, dann kann ich damit denjenigen Menschen in Wirklichkeit abdrehen, also sprich töten und das ist natürlich auch ein Riesenrisiko dort. Das ist aber ein grundsätzliches Risiko, dass in dem Moment, in dem wir wie bei der Energieversorgung eine völlig vernetzte Gesellschaft sind, unabhängig vom Individuum, das am Herzschrittmacher hängt, sondern als Gesellschaft, die wir ja alle am Netz hängen, im Grunde genommen haben, heute wieder überlegt, was wäre, wenn plötzlich einfach der Strom ausfallen würde und nichts mehr passiert. Das ist ein grundsätzliches, wieder ein grundsätzliches IT, die wir jetzt nicht auf den Einzelfall dann herunterbringen, das ist nur ein Beispiel, bei dem es dann besonders gruselt natürlich, aber so ein Gerät kann immer ausfallen. Das ist schön, weil ich finde das schön, das Beispiel, dass es gekommen ist, weil das gibt es bereits, also das ist nicht Science-Fiction, das hat es bereits gegeben, gibt es einen sehr schönen Vortrag dazu. Ein Herzschrittmacher im Endeffekt, der wireless wartbar ist, der leider eine kleine Lücke bei der Herstellung hat und wo man natürlich jetzt nachträglich nicht mehr viel tun kann. Wird sicher eines der neuen künftigen Probleme sein, wie großflächig das sein wird, das werden wir sehen. Auf jeden Fall sehr spannendes Thema, gerade für Leute wie uns, die sich eher mit Security jetzt beschäftigen. Werden wir nicht arbeitslos. Man kann es für mich als Jobsicherheit. Ich glaube, das war ein sehr schönes Abschlussstatement. Ich weiß, wer war das? Irgendein Vizepräsidentschaftskandidat, der Joe Biden, glaube ich, in den Vereinigten Staaten, der hat einen Herzschrittmacher gehabt und dem wurde der Herzschrittmacher auf Empfehlung des Secret Service wieder entfernt, eben weil man dieses Risiko nicht eingehen wollte. Also diese Situation ist teilweise schon in den Köpfen bewusst und es gibt schon Überlegungen, wie man das eben auch ausnutzen kann. Aber ich glaube, das ist so eine Diskussion, die kann man dann vielleicht auch noch in der Pause weiterführen, oder? Als nächstes haben wir eine kurze Pause auf dem Programm stehen, für den Programmwechsel, Kaffeemaschine, Brötchen, alles parat. Vielen Dank.